So, jetzt wird es ernst für mich, weil jetzt wird es emotional. Ich muss gestehen, ich bin aufgeregter, wenn meine Schützlinge singen, als wenn ich selber auf der Bühne bin und singen muss. Es ist immer viel aufregender für mich und heute ganz besonders. Die Claudia begleitet mich oder ich begleite sie seit zwölf Jahren. Und diese zwölf Jahre, sie ist mit 15, 14 zu mir gekommen. Da ist ja jetzt nicht nur gesangliche Entwicklung, sondern auch wahnsinnige Persönlichkeitsentwicklung dahinter. Und es ist einfach ein Traum, wenn man Menschen so intensiv begleiten darf und Wegbegleiter und Wegbereiter sein darf. Und dass man so weit kommt und dass man sagt, zwölf Jahre ziehe ich da durch und ich habe mein Ziel vor Augen, Musikum Gold. Das ist also die letzte Prüfung oder die letzte Station, da hat man ausklärend am Musikum sozusagen. Da braucht man schon ein bisschen Zielstrebigkeit und Ehrgeiz und ein Feuer für das, was man tut. Und sehr viel Geduld. Weil beim Singen ist es oft so, dass man an einer Geschichte arbeitet und arbeitet und arbeitet und es geht einfach nicht. Und dann fragt man sich, bin ich körperlich in der Lage, dass meine Stimmbänder das überhaupt machen? Weil wir haben ja unser Instrument eingebaut. Also ich muss mit dem zurechtkommen, was ich geschenkt gekriegt habe von der Natur. Und da tauchen oft Zweifel auf. Und dann gibt es aber diese Momente, und das habe ich wahnsinnig oft an mir selber und an meinen Schülern erlebt, was so macht. Und auf einmal läuft das, was man jahrelang trainiert hat und auf einmal ist man im nächsten Level. Und das ist so schön, wenn man das mit begleiten darf. Und ich darf euch jetzt das Gold-Level präsentieren. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Claudia Wagner heute ihr Abschlusskonzert macht. Und ich wünsche euch jetzt eine wirklich wunderschöne, emotionale und groovige Reise durch die Musiklandschaft. Sie deckt ganz viele Genres ab und es ist ganz spannend zu lauschen. Vielen Dank, lieber Hannes, lieber David, lieber Stefan. Ihr seid auch Wegbegleiter und jetzt Bühne frei für Claudia Wagner. Vielen Dank, lieber Stefan. Vielen Dank, lieber Stefan. Vielen Dank, lieber Stefan. Vielen Dank, lieber Stefan. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Dankeschön.